hohes neues jahr allerseits ich hoffe alle sind gut reingekommen und wir sehen uns ja am 7 ersten zum ersten tag des praktikums im neuen jahr die präsentationen werden fleißig angeklickt es geht für alle teams voran das ist der stand von heute nachmittag 16 uhr was da für klickraten entstehen und wir sehen ganz klar dass da teams sehr sehr stark sind das ist team 3 team 1 4 hier einmal die videoanalysen direkt aus dem youtube sehr interessant sind auch die verschiedenen kurven die wir dort sehen im vergleich zueinander das müssen wir uns da mal am 7 genauer angucken wie es vorangeht ich freue mich drauf bis dann